Musik Tief unten in den alten Gemäuern da hat diese Tradition ihren Ursprung. Unsere Tradition der fränkischen Bierkellerkultur. Hier, da hat man das Bier gelagert und direkt darüber, da hat man es ausgeschenkt. Deshalb gehen die Franken nicht in, sondern auf den Keller. Für ein ordentliches Bier, eine fränkische Brotzeit und gute Gespräche. Das ist Franken, Heimat der Biere. Und ich bin Hannes Schulters, Brauhistoriker und Bierkeller-Fan. Musik Vielen Dank. Vielen Dank.